So, da bin ich bei Caesar Und wir müssen jetzt in seinen Wagen steigen, also, ja, das ist sein Wagen Und, jo Dann sehen wir weiter Erstmal Radio aussehen Wo denn jetzt? Ah, jetzt beginnt das die richtige Scheißwarte Genau Oh, Gott Also, wir sehen uns auf jeden Fall gleich wieder Ich weiß nicht, ob sie jetzt noch reden Wenn nicht, sehen wir uns gleich wieder Jetzt wissen wir uns gleich wieder so da bin ich auch wieder und wir sind wieder den Angel Pine in den Badlands hier müssen wir auch hin steig aufs Dach, okay und zwar mein Idee ist das Dach hier und jo gehen wir mal rauf und zwar genau hier genau so also wir haben jetzt die Kamera und es geht auch schon direkt los mit der Mission und zwar müssen wir Leute fotografieren zum Beispiel Ryder ja schrei noch Leute das Business ist größer als jede Gang, ist es? riech, little bitch so, da kommt auch direkt der Nächste ja, fein um genau, er stirbt oh mein Gott das hatte ich wirklich noch nie dieser Mann hat sich wirklich sehr ernst das ist T-Bone Mendez was jetzt? oh mein Gott ok da, da ist mich noch einer der ist so ein bisschen scheiße weil der sich so ein bisschen verschweckt ey, wo ist der Gringo? ich will nicht sehen, den Mann das Morgen da ist noch einer da ist noch einer es ist eine serische Organisation wie viele diese Clowns sind da? ah, ich weiß einen Pipp, wenn ich einen sehe das war eigentlich auch schon die Mission sehr spannend naja ach genau das können wir auf eigene Forster zurückfahren genau stimmt das war's das war's das war's we better split up and get out of here I'll meet you back at the garage eh coolio we got what we can for anyway ok ok wir haben eine Kamera wir haben kein Wagen wir haben keine Garage und wir haben keinen Speicherpunkt yo, das ist das ist Hammer also, na komm nehme ich mir jetzt einfach irgendeinen Wagen und fahre kurz da zu Angel Pinder also wir sind ja ein Angel Pinder aber zu dem Speicherpunkt in den Badlands und das nächste Mal werden wir uns dann wieder bei Dingens in der Garage sehen oder bei der Wegstatt oder was auch immer bei dem Ding eben in Z4 so oh fuck so, da ist es doch schon eigentlich ja, die Mission war nochmal toll, oder? erstmal 10 Minuten Fahrt für 4 Fotos oder wie viel waren es? ich glaube 4 oh, na egal was soll man tun so, ich speicher wir sehen uns das nächste Mal wieso das mal ein bisschen länger dauert mit dem Produzieren und sowas habe ich euch ja erklärt und ja ah komm jetzt nicht so ja, wir sehen uns das nächste Mal bis dahin Bye Bye